Je suis un Affischiste. Die Kunstströmung der Affischisten bildete sich in den 1950er Jahren heraus. Sie wurzelte aber schon in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine sehr kleine Gruppe von Künstlern, die ungefähr zur gleichen Zeit in Paris und in Rom begannen, mit dem Medium des Plakatabrisses zu experimentieren. Die Besonderheit und auch Radikalität ihres Ansatzes bestand darin, dass sie sich direkt auf der Straße Teile der abgenutzten, oft verwitterten und zerfetzten Plakatwände aneigneten, um diese zum Kunstwerk zu erklären. Paris, in 1950, war die Stadt des Affischisten. Die Schmerzen waren die Stadt des Affischisten. Die Affischisten waren die Stadt des Affischisten. Die einzige Farbe, die es in Paris gab, wo die Schmerzen waren, waren nicht rafaliert. Als Werke der drei französischen Affischisten, François Dufresne, Rémoins und Jacques Villiers, auf der ersten Biennale von Paris im Jahr 1959 zum ersten Mal vor einem breiten Publikum ausgestellt wurden, provozierten sie sofort einen Skandal. Das lag nicht nur daran, dass sie mit ihren Plakatabrissen ein Stück banales Alltagsleben ins Museum holten, sondern dass sie mit simpelsten Mitteln, nämlich indem sie vorgefundene, vom Zufall gezeichnete Kompositionen zum Gemälde erklärten, Tafelbilder schufen, die ungewöhnlich nah an der abstrakten, etablierten Malerei der damaligen Zeit waren. Der erste Plakatabriss überhaupt mit dem Titel Ac Alma Manetro entstand 1949 und ist eine Gemeinschaftsarbeit von Rémoins und Jacques Villiers. Dieser erste wichtige Plakatabriss steht in direktem Zusammenhang mit anderen künstlerischen Experimenten, denen sich die beiden Künstler widmeten. Ihr Interesse an den aufgebrochenen, fragmentierten, vielschichtigen Strukturen, wie sie in dem Plakatabriss zu sehen sind, findet sich so auch etwa in einer Reihe früher abstrakter Fotografien von Rémoins oder auch in gemeinsamen filmischen Experimenten wieder. Man sieht in Ac Alma Manetro, aber auch in vielen anderen Plakatabrissen, welche zentrale Rolle Sprache und Schrift für die Affischisten spielten. Immer wieder tauchen in ihren Bildern Buchstabenfetzen und Wortfragmente auf und die Affischisten interessierten sich dafür nicht nur in visueller Hinsicht, sondern auch aufgrund der poetischen, klanglichen Dimension. Das Interesse der Affischisten an Sprache und Schrift hat auch damit zu tun, dass einige der Künstler in ihren Anfängen selber als Dichter aktiv waren. So hat sich zum Beispiel François Dufresne viele Jahre sehr intensiv mit lautpoetischen Experimenten beschäftigt, wovor er sich dann erst relativ spät in den Plakatabriss zuwandte. Der italienische Künstler Memorotella hat in Rom ungefähr zeitgleich wie die französischen Affischisten, aber ohne dass er von ihnen wusste, sich auch dem Medium des Plakatabrisses zugewandt. Seine frühen Werke aus den 50er Jahren sind sehr abstrakt und er hat dann aber um 1960 eine Art Wendung vollzogen, hin eigentlich immer mehr zu den populären Motiven der Werbewelt. Er hat eine ganze Reihe von Plakatabrissen, eine wichtige Serie geschaffen, die auf Kinoplakaten basiert, die eigentlich nichts anderes als Popart sind, wobei natürlich im Unterschied jetzt zur amerikanischen Popart diese Plakatabrisse immer auch einen etwas subversiven oder auch melancholischen Unterton haben, weil sie natürlich durch die Abrisse immer auch die Vergänglichkeit und Schnelllebigkeit dieser Ikonen, dieser Gesichter, dieser Bilder unterstreicht. Les affiches les plus importantes pour des lasserreuteurs d'affiches, c'était les affiches politiques. Tous les partis faisaient des affiches, le plus humble comme les plus grands. Je ne peux pas me considérer comme un artiste politique, mais je suis un regardeur. Je voulais être le peintre de mon époque. Et la meilleure façon de le faire, c'était de prendre le décor de la rue, c'est-à-dire ce qu'il y avait sur les palissades, encore très nombreuses à cette époque. Le docteur Wolf Horstel Moderne und hat dieses Prinzip dann auch auf alle anderen Bereiche seines künstlerischen Schaffens übertragen. Wir haben in unserer Ausstellungsarchitektur an verschiedenen Stellen Durchbrüche geschaffen, sodass der Besucher immer wieder die Möglichkeit hat, nach draußen zu schauen und so auch eine direkte Verbindung hat, hinaus in die Stadt, die ja das eigentliche Umfeld der Plakatabrisse war. Rémoins pflegte zu sagen, das Universum ist ein Gemälde und er brachte damit eigentlich sehr gut auf den Punkt, wofür die Bewegung der Affischisten insgesamt steht, nämlich für eine in ihrer Zeit völlig neue Art und Weise die Wirklichkeit zu betrachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und eine nach dem Hotel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und eigentlich sehr gut auf die aqui, bis zu besucher drauf darknessfragen kann sind.